Servus zusammen. Wir waren in Erfurt und haben uns Erfurt ein bisschen angeschaut. Wir sind zentral in einem Hotel gewesen, dem Price Hotel. Das ist in der Nähe von der Altstadt. Das war eine super Geschichte. Das ganze Zimmer ist super modern eingeregt. Es hat ganz bequeme Betten drinnen. Das hat uns super gut gefallen. Allerdings ist leider kein Schrank vorhanden. Es gibt bloß ein bisschen Ablagemöglichkeiten. Es ist ein super modernes Bar. Dann auch Fußbodenheizung gibt es, eine Klimaanlage gibt es im Zimmer. Super Geschichte. Die Dusche ist separat, wie man es da sieht. Das hier hat ein Waschplatz. Die ganze coole Farbe in diesem Lila gehalten. Hier haben wir jetzt mal den Lobby-Bereich. Auch ganz modern. Hier ist die Bar. Dann links hier der ganze Frühstücksbereich. Hier gibt es dann Frühstück. Und hier sieht man dann das ganze Frühstück. Das ganze ist ja super reichhaltig gewesen. Man hat hier eine tolle Auswahl von verschiedenen Sachen. Kaffeemaschinen gibt es zwei, wo man sich Cappuccino, Kaffee, Wasser runter lassen kann in sämtlichen Variationen. Und dann geht es auch schon weiter in Richtung Altstadt. Hier gibt es noch einen Brunnen. Den Namen weiß ich jetzt leider nicht genau. Hat aber cool ausgeschaut. Da kann man ja vorbeischauen. Da kann ich wirklich ganz lustig. Ja, ganz schön zum Anschauen. So, dann geht es auch schon weiter zur Krämerbrücke. Ist ja für Erfurt bekannt. Das ist eine alte Brücke, die wo bebaut ist mit alten Fachwerkhäusern. Und da gibt es jede Menge Geschäfte. Ganz, ganz tolle Geschichten. Also auf alle Fälle lohnen zu werden. Hier ist es im unteren Bereich der Krämerbrücke. Also wenn es jetzt rein geht in die Krämerbrücke. Hier sieht man nochmal den Kanal, der, was da unter der Krämerbrücke durchläuft. In der Krämerbrücke gibt es die Eidenkirche. Ich glaube, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Weiß ich nicht genau. Da gibt es einen Aussichtsturm. Da kann man rauf gehen und sich Erfurt von oben anschauen. Das Ganze geht über eine Holztreppe rauf. Das Ganze kostet auch keinen Eintritt. Man muss da nur eine, oder man sollte eine Spende abgeben. Da gibt es so Spendenempfehlungen. Pro Erwachsenen 2,50 Euro. Wir waren zu zweit. Also 5 Euro. Wir haben diese 5 Euro gerne gegeben, weil der Aufstieg lohnt sich. Es geht ziemlich weit nach oben. Mit dem ganzen alten wie neuer. Über eine alte, enge, teilweise sehr enge Holztreppe. Das alleine schon ein super Erlebnis. Oben angekommen, wie man sieht, hat man hier einen super Ausblick. Hier ist die Krämerbrücke auch zu sehen. In der Mitte mit dem Durchgang. Da kann man sich hier oben eine Weile aufhalten. Man kann hier oben um den Turm rundherum gehen. Allerdings ist es auch hier sehr, sehr eng. Aber die Aussicht belohnt für alles. Dann ging es natürlich auch wieder nach unten, die ganze enge Treppe. Ich hatte dann auch direkt mal die Treppe untergehauen. Aber gut, nichts passiert. Hier dann nochmal der Innenbereich. Die Krämerbrücke. Mit einem tollen Eisladen. Sehr leckeres Eis. Das war's. Das war's. Das war's. Zwischendurch gibt es natürlich auch immer wieder etwas Leckeres zu essen. Den Käpt'n Blaubeer und den Heim Blöd haben wir natürlich auch gefunden. Hier gibt es natürlich jede Menge verschiedener Figuren, weil der Kicker-Kanal hier in Erfurt ja beheimatet ist. Da sind in der ganzen Stadt die Figuren verteilt, auf die kann man ja auf die Suche gehen und sich mit dem fotografieren lassen. Dann haben wir hier natürlich auch den Domplatz von Erfurt. Mit dem Dom sind Treppen, die hier auch mal dann hochgehen, sind wir natürlich auch hoch. Den ganzen Dom hier einmal außenrum, zwischendurch. Von hinten hat man auch noch einen ganz coolen Blick, den man hier ganz gut erkennen kann. Musik Für uns ging es dann noch weiter Richtung den Petersberg. Wir sind dann hier hinauf zu der gut erhaltenen barocken Stadtfestung von Erfurt, die sich über die Altstadt erhebt. Das Ganze ist ganz interessant. Diese Zitadelle Petersberg ist sternenförmig angelegt. Und sie galt damals als modernste Anlage der damaligen Zeit und als uneinnehmbar. Seit den 90er Jahren, also seit 1990, wird das Ganze mit Liebe zum Detail einen großen Aufwand rekonstruiert. Musik Das ist auf alle Fälle ein Besuch wert. Man hat hier einen super Ausblick auf Erfurt. Und es gibt da oben auch eine kleine tolle Bar, wo man nochmal einen Trink genießen kann. Sonnenuntergang über Erfurt sich reinziehen kann. Wir haben das gemacht. Es war ein tolles Erlebnis. Hier mal diese kleine Bar oben auf dem Petersberg. Und hier nochmal die Aussicht über Erfurt. Musik Hier sehen wir jetzt nochmal den Klimapavillon, der vor kurzem erst eröffnet worden ist. Musik Und dann hier den Sonnenuntergang über Erfurt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Servus. Weiter geht es noch im nächsten Video. Da gibt es dann den Egerpark von Erfurt. Den haben wir natürlich auch besucht. Viel Spaß beim nächsten Video. Musik Musik